Ja Freunde, willkommen zum Safe Game Sonntag. Ich hoffe euch geht's gut und ihr habt mit mir Bock heute nach Italien zu fahren. Ich habe mich jetzt für dieses Safe Game hier heute entschieden und zwar für die Fiorentina, für den AC Florenz, weil ich im Sommer selbst in Florenz bin. Also ich habe mit Freunden unten so ein Haus gemietet und da fahren wir runter zu 9. Und Florenz steht dann natürlich auch wieder im Programm. Ist einer meiner absoluten Lieblingsstädte. Und ja, ich mag auch den Fußballverein sehr. Und wenn es gut geht, dann schaffe ich es auch im Sommer dort hier wieder ein Spiel zu schauen. Schauen wir mal. Also so theoretisch in dieser Woche, in der ich unten bin, gibt es ein Spiel. Wäre natürlich toll, wenn das klappt und ich euch dann wieder mitnehmen kann und euch ein bisschen was zeigen kann. Ich lese mal kurz vor, was der Kilian geschrieben hat. Das war nämlich sein Spielstand. Er wollte einen mittelklassischen italienischen Verein haben und fand Florenz am ansprechendsten. Es tut mir schon mal im Herzen weh, dass Florenz nur ein mittelklasse Verein ist, aber tatsächlich haben sie sich in den letzten Jahren so entwickelt. Sein Ziel war es, konstant international zu spielen. Eine Balance zwischen Jung und Alt ist ihm sehr gelungen und ein Kern von Beginn ist immer noch da und spielt eine wichtige Rolle im Kader. Also Biragi, Dodo und so Thiel. Das hättest du im Nachhinein anders gemacht, von Anfang an mehr auf die Finanzen zu achten und mehr Konsequenz bei Personalentscheidungen. Okay. Und es sind kuriöse Dinge passiert. Riosen von Dortmund ist noch für insgesamt 37 Millionen zu PSG und Juve gewechselt. Man City nur 7. in der aktuellen Saison. Bester Einkauf von Tradi, Laie, Kaufoption nur 5 Millionen und Giovanni Fabian. Bester Verkauf Colombo mit 40 Millionen Gewinn und Molero ebenfalls 40 Millionen. Möchtest du noch etwas anmerken? Ich würde den Save bis jetzt als gescheiter ansehen. Gescheiter oder gescheitert? Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Also es wäre natürlich auch interessant, einen gescheiterten Save zu sehen und mal was anderes. Gehen wir auf seinen Karriereverlauf. Also du hast es zumindest geschafft, sie wieder nach oben zu bringen und international zu spielen. Gescheitert würde ich es nicht nennen, aber ich finde es jetzt einfach mal schön, dass wir einen Save haben, wo man nicht komplett alles gewonnen hat. Man sieht hier keinen einzigen Titel, aber ich finde das irgendwie auch ganz sympathisch, weil vielleicht finden wir jetzt einfach gemeinsam irgendwie Dinge, die du besser machen kannst, falls du noch weiterspielst oder einfach für zukünftige Saves berücksichtigen kannst. Ich glaube, die Community hier in den Kommentaren ist sicherlich auch sehr gerne hilfsbereit. Schauen wir vielleicht selber nur noch ganz kurz mal auf Florenz, weil mich nur interessiert. Hier sehen wir diese Zeiten. Anfang der 2000er Jahre waren sie sehr gut unterwegs. Und eben auch hier Anfang der 2010er Jahre. Bei den 2000er Jahren, das war ungefähr die Zeit, wo ich in Florenz war und mir ein Spiel angeschaut habe. Das war damals, ich habe es ja schon öfter erzählt, UEFA Cup Viertelfinale gegen Eindhoven. Und ja, dementsprechend finde ich es halt tut schon weh, wenn man sieht, wie sie dann eigentlich abgestiegen sind und jetzt eigentlich keine Bedeutung mehr spielen, keine bedeutende Rolle mehr haben in Italien. Aber man sieht schon, dass er es geschafft hat, sich so ein bisschen nach oben zu entwickeln. Also auf dem Aktienmarkt sieht es, glaube ich, nicht so schlecht aus, wenn man sich diese Entwicklung nach oben anschaut. Gehen wir einfach mal auf die Serie A selber. Dann können wir ja auch schauen, was es so hier kuriose Dinge gegeben hat. Ihr müsst die Namen jetzt mal ignorieren. Ich habe zwar das Namenpfeil drauf, aber ich weiß jetzt nicht genau, ob das dann so übernommen wird, wenn ich den Safe geschickt bekomme. Nämlich normalerweise nicht. Da sehen wir, dass da einige Namen nicht stimmen. Wir sehen auf jeden Fall Intermeister. Punkte gleich mit Bergamo. Napoli nur auf der 4. Da sehen wir, dass er dann schon Platz 7 erreicht hat und damit schon international gespielt hat, was ja grundsätzlich schon mal ganz cool ist mit der Conference League. Da war ja auch Fiorentina relativ stark. Das Finale haben sie ja, glaube ich, dann gegen West Ham verloren, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das nicht verwechsel. Dann haben wir Lazio als Meister vor Bergamo. Die beiden Mailänder Klubs und Juve nur auf der 5. Ja, darauf sehen wir leider Platz 9. Das heißt, da hat er es nicht geschafft, international dran zu bleiben. Milan mit 92 Punkten ganz stark. Inter 79. Sassuolo überraschend auf Platz 3. Und dann sehen wir Napoli, Roma, Udine und Juve. Das heißt, Juve auch nicht so wirklich funktioniert bis jetzt. Okay, hier sehen wir 89 Punkte. Da war Juve gut unterwegs. Vor Milan, Inter, Napoli. Das ist so eine klassische italienische Tabelle, würde ich mal sagen, mit den ersten 4. Napoli halt der aktuelle Meister nur auf Platz 4. Und da sehen wir dann Inter mit 89 Punkten. Napoli mit 89 Punkten. Wahnsinnig spannend auf jeden Fall. Und er leider wieder nicht international. Also ich bin mal sehr gespannt, was da nicht so ganz funktioniert hat. Und vielleicht auch für euch die Motivation. Ihr könnt mir gerne Saves schicken, die nicht so gut funktioniert haben. Also vielleicht keine, wo ihr entlassen wurdet, weil dann können wir uns nichts mehr anschauen. Es sollte schon irgendwas sein, wo ihr noch im Verein seid. Aber finde ich eigentlich auch ganz nett. So, im ersten Jahr verpflichtet Deolo Feu von Udinese. Ex-Barca-Talent. Dann haben wir Kevin Danzo, sehen wir hier noch. Und Lens, der mittlerweile bei Dortmund spielt. Dann haben wir Fagioli oder Fagioli, glaube ich. Müsste man das aussprechen, bei Villarreal. Dann Morey, der mittlerweile bei Almeria ist. Und Palombino von Atalanta-Bergamo. Dann Facundo Gonzalez, ganz interessanter Spieler, Innenverteidiger. Den ich, glaube ich, noch nie gehabt habe, aber schon öfter mal gescoutet. Dann nochmal Boadu, könnte man noch kennen. Der war auch unter anderem bei Udinese. Und noch ein paar andere. Tommaso Berti, das ist auch so ein klassischer, guter Kauf, finde ich, für einen kleineren italienischen Club. Cooler, cooles Mittelfeld-Talent. Der sich vor allem auch im Mentalbereich sehr gut entwickelt, wie man hier sieht. Dann Igor verkauft, der ist ja tatsächlich in echt gerade nach, zu Brighton, glaube ich, gewechselt in die Premier League. Cabral verkauft, hier sehen wir auf jeden Fall, 2 Millionen plus gemacht. Ja, darauf hat er ordentlich plus gemacht. Wen hat er dann da verkauft? 23, Nicolas Gonzalez. Ja, 23 Millionen zu Leipzig. Dann nochmal Antonin Barak und Brekalo verkauft. Morey verkauft. Mandragora, ist das der Torhüter, oder? Nee, gar nicht mal. Verwechselt, Rolando Mandragora, ein Mittelfeldspieler, zu Benfica verkauft. Gekauft hat er dann hier noch Nzola. Dann Devi Klaassen von Ajax. Roberto Piccolo. Piccoli, Piccoli hat er ihn genannt. Jeremy Boga, ganz interessanter Spieler. Loselzo geholt, aber was ich jetzt schon mal so vom Gefühl her sagen kann, ist, dass da viele Spieler gekommen sind, die dann schon vom Alter her, glaube ich, nicht mehr ganz so spannend sind. Also wenig, also wenig, zumindest so mein erster Eindruck, wenig junge Talente, die sich wirklich gut weiterentwickelt haben. Weil eben, wenn du einen Klaassen holst, das, Piccolo, der ist in einem guten Alter, Fabian, okay, der ist auch in einem guten Alter, ich nehme es zurück. Boga war zu dem Zeitpunkt auch noch etwas jünger. Da hat er vielleicht auch einfach ein bisschen Pech gehabt, dass die Jungen sich dann vielleicht nicht ganz so gut entwickelt haben. Das ist jetzt natürlich schwierig zu beurteilen. Wilfried Nonto, sehr spannendes Talent, super Transfer. Dann Morgala, natürlich auch ein toller Transfer, mittlerweile auch noch bei ihm. Saint-Just, oder Juste. Keine Ahnung, Lorenzo Colombo, auch ein spannender Transfer. Gut, das hat er schon gut gemacht. Niklas Hedl, tolles Talent, mittlerweile in Saudi-Arabien. Da bin ich sowieso gespannt, wie sich Saudi-Arabien nächstes Jahr im FM entwickelt. Dann nochmal Ahmad Diallo. Auch ein ganz spannender, auch sehr gut eingekauft, finde ich. Weil die hat er recht günstig bekommen. Verkauft hat er hier Milenkovic für insgesamt dann 24 oder bis zu 24 Millionen, dann so dann zu Dortmund verkauft. Das heißt, hier sehen wir super Transferbilanz. Und das ist, glaube ich, dann echt der Zeitpunkt, wo du halt voll in die Offensive gehen musst. Wenn du schon so viel Plus machst, und da bin ich mal gespannt, ob er es gemacht hat. Wir sehen hier wieder viele kleine Transfers. Molero war noch der Größte. Den hat er für 40 Millionen Plus dann weiterverkauft. Das heißt, da hat er schon mal Geld investiert. Sardiki. Aber da sind eben wenig Transfers dabei, die ihn wahrscheinlich dann so richtig weitergebracht haben, würde ich mal vermuten. Kamil Grabara. Mittlerweile bei Al Nasser. Tim Oehrmann. Kataldi, auch ganz interessant. Also ein Spieler für die Breite, natürlich nicht mehr der Jüngste. Damals ein super Nugent-Talent, dass er sich geangelt hat. So. Und da sehen wir, was er eingenommen hat. Colombo für 50, Nonto für 40. Das ist auch das, was er vielleicht gemeint hat, dass er sich da so im Nachhinein, dass er im Nachhinein vielleicht da eher vielleicht mal den einen oder anderen Transfer dann abgelehnt hätte, um dann auch Spieler zu behalten. So. Paul Pogba, Ablöse freigeholt. Finde ich lustig. Das wäre auch so ein klassischer Transfer, den ich machen hätte können. Philipp Lienhardt von Freiburg. Den hat er quasi getauscht. Dann sehen wir Alex Scott von Celtic. Guter Marktwert. Leonard Stark. New Gen aus Leipzig. Also das sind eigentlich schon ganz coole Transfers dabei. Ich bin wirklich, also mich würde wirklich interessieren, woran es dann gescheitert ist im Endeffekt. Torwart könnte besser sein für mich. Ja. Da gibt es, glaube ich, noch Luft nach oben, wenn der wirklich dein Stammkeeper ist. Aber das schauen wir uns dann sowieso mal genauer an. Gehen wir zuerst mal auf deinen Spielplan. Die Serie A haben wir uns zumindest ja so schon mal angesehen. International hier gegen Levski so viel rausgeflogen. Das heißt, das erste Jahr hat schon den denkbar Schlag, äh, Alter, heute kann ich nicht reden, denkbar schlecht begonnen. Wir sehen hier den Sieg, aber außer jetzt 0 zu 2 verloren in der Verlängerung dann. Das ist natürlich bitter. Da startest du schon mal mit einem schlechten Gefühl, die gehen wie rein. Bologna aus dem Pokal geworfen, dann Inter dann in der Verlängerung gescheitert. Ja, darauf sehen wir. Wieder Pech gehabt, wieder einen großen Klub gezogen, Milan 0 zu 4. So, und dann Conference League. Weiter Jerusalem und sogar Bilbao rausgeworfen. Das ist auch heftig. Conference League Quali Bilbao gegen Fiorentina. Aber okay. Da war er dann in der Liga-Phase. Die hat er gut überstanden. Servet Genf rausgeworfen, Southampton rausgeworfen. Dann sehen wir, dass er an Marseille schlussendlich gescheitert ist, im Halbfinale. Und auch im Halbfinale im Pokal an Bergamo. Das heißt, das ist eigentlich eine absolut ordentliche Saison. Leider hat er es dann eben vielleicht auch durch diese Dreifachbelastung nicht geschafft, sich international zu qualifizieren. Und ist wieder relativ früh an einem Top-Club gescheitert. Blöde Auslosung. Ja, darauf dann, bis Halbfinale Euroleague auch wieder nicht schlecht. Erst ein Villa rausgeworfen, Real Betis rausgeworfen, Rangers rausgeworfen und dann der Roma. Dann gescheitert. Das heißt, auch das eigentlich nicht schlecht. Also, ich finde, das ist jetzt, Katastrophe ist es keine. Deswegen bist du ja auch nicht entlassen worden. Und das ist auch zu Recht, finde ich. Schauen wir vielleicht wirklich mal, wie du den Kader so geplant hast. Wir sehen hier einen sehr, sehr großen Kern italienischer Spieler, was ich schon mal sehr sympathisch finde. Altersstruktur sehen wir, dass du viele Erfahrene hast, die hier hauptsächlich Ersatzspieler sind, was man so sieht. Also dagegen spricht grundsätzlich nichts. Wir sehen, dass du einen Kern junger Talente hast und viele, viele Spieler im besten Fußballeralter, also die Zusammensetzung, auch die Kadergröße sieht eigentlich recht gut aus. Dodo, dein bester Spieler, der ist noch von Anfang an sutil genauso. Also bester, der teuerste vor allem, sagen wir es mal so, Gehalt. Von den Marktwerten her sieht man, das ist halt natürlich dann auch schade, da hat es sich nicht so wirklich groß entwickelt. Wenn du Champions League Club bist oder Top Club, dann hast du natürlich ganz andere Marktwerte, kriegst dann auch andere Erlöse zusammen und kannst dann natürlich viel mehr Geld investieren wieder. Das ist hier natürlich ein bisschen blöd, dass das nicht geklappt hat. So, schauen wir auf deine Taktik. Wir sehen, okay, erster Punkt fällt mir gleich mal auf, aber fangen wir mal von vorne oder in Ruhe an. Ich sehe mal, dass du drei Taktiken einstudiert hast. Könnte daran liegen, dass du vielleicht mit keiner so richtig zufrieden bist. Was sieht man hier? Wir sehen hier, dass du sehr viel im Zentrum spielst. Wenn du das machst und das ist auch okay so, dann brauchst du zwei richtig gute Flügelspieler, sehr offensive Flügelspieler, die hier eigentlich die ganze Seite abarbeiten können. Und da kommt schon der erste Fehler. Du hast Morgalla als inversiver Außenverteidiger aufgestellt. Das heißt, anstatt diesen Flügel entlang zu laufen, zieht er hier in die Mitte, orientiert sich ans Zentrum. Das heißt, von den zwei Flügelspielern, die du überhaupt aufgestellt hast, die deinem Spiel auch ein bisschen Breite geben sollen, sagst du einem gleich mal, dass er nach innen ziehen soll und dann das Zentrum noch enger macht. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass du im Zentrum hier dir gegenseitig irgendwie auf die Füße stehst, weil es wahnsinnig eng ist und dann hast du niemanden, der wirklich die Breite abarbeitet, außer rechts hinten. Das heißt, das wäre für mich jetzt schon mal so ein Punkt, wo ich sage, okay, das solltest du ändern. Also ich würde den dann auch auf Flügelverteidiger, vielleicht sogar auf Attack stellen. Ich mache das jetzt einfach mal, damit die ordentlich Gas geben. Das ist vielleicht schon mal so ein kleiner Input. Dann schauen wir mal auf den Rest. Wir sehen einen zurückgezogenen Spielmacher auf Verteidigen. Das passt gut. Das mache ich auch sehr gerne. Der hält die Position und verteilt die Bälle. Mezzala und Carilleros muss man probieren. Bei den Achterrollen bin ich immer auch ein bisschen unsicher. Du hast dann da vorne einen Spielmacher und noch einen OEM auf Attack und einen Stoßstürmer. Schauen wir uns die Spieler vielleicht genauer an. Gehen wir vorne mal durch, oder von hinten mal durch Blizzari. Das ist jetzt momentan anscheinend ein Torhüter. Den hast du statt dem Jürgensen drin. Der hat auch keine guten Noten und Blizzari schon. Also vielleicht ist das der Grund. Dann sehen wir rechts hinten Pascal Farges. Ist für mich jetzt schon mal der erste Punkt. Der ist wahnsinnig defensiv stark. Richtig gut. Also verstehe mich nicht falsch. Aber Dribbling 9. Flanken ist okay mit 11. Passen 8. Ist leider echt nicht gut. Der hilft dir in der Offensive nicht. Das heißt, du hast eigentlich niemanden, der hier wirklich den Flügel beackert. Also er kann es nicht richtig. Auf der anderen Seite Morgala, den hast du eben nach innen ziehend. Der kann halt überhaupt nicht flanken. Und ist ein nur Rechtsfuß. Das heißt, ich sehe jetzt Morgala, um ehrlich zu sein, mit der Sprunghöhe von 13 auch nicht so 100%ig im Zentrum. Aber für den Flügel würde ich ihn persönlich nicht nehmen. Ich würde den sogar eher als 6er umtrainieren, um ganz ehrlich zu sein. Oder halt schauen, dass er die Sprunghöhe verbessert. Dann schauen wir in die Innenverteidigung. Lienhardt, ballspielender Innenverteidiger. Sein Passwert ist nicht wirklich gut und er hat keine Übersicht. Übersicht 8. Das heißt, der sieht einfach die Mitspieler nicht oder zu schlecht, wie auch immer. Das heißt, und dann ist sein Passwert nicht gut genug, würde ich als klassischen Innenverteidiger spielen lassen. Castal ist solide. Könnte das wahrscheinlich besser als Lienhardt. Aber ist für mich auch kein Ballspielender. Aber den hast du eh nicht so eingestellt. Ja, dann haben wir den zurückgezogenen Milo Zajewic. Der passt super für die Rolle. Tolle Wahl. Richtig guter Spieler. Und dann haben wir Fabian. Gefällt mir sehr gut. Auch eine gute Sprunghöhe. Da muss man auch schauen, dass man den vielleicht in Standard-Situationen so einstellt, dass er dir hier wirklich hilft. Dann haben wir Giovanni Lo Celso. Das ist für mich der klassische Spielmacher. Passen 16, Technik 16, Übersicht 14, Entscheidungen sind gut. Dem könnte man durchaus eine kreativere Rolle geben. Alex Scott hast du als Spielmacher drin. Auch der ist richtig gut. Und dann haben wir hier Tommaso Berti. Der ist solide, aber nicht aufregend. Also wenn du da nichts Besseres hast, vielleicht solltest du da was holen oder weiß nicht. Ist ein Spieler für die Breite. Vielleicht ist da auch gerade wer verletzt. Das könnte sein. Paul Pogba zum Beispiel. Wenn du den drin hast, ich weiß nicht. Er kommt mir jetzt auf jeden Fall eine relativ schwache Besetzung vor. Dann Riccardo Praski. Sehr gutes Talent. Muss man sagen. Schnell ist er. Super Abschluss. Guter Dribbler. Passt gut als Stoßstürmer. Absolut richtige Wahl. So, dann sehen wir hier. Sehr hohes Tempo. Viel kürzere Pässe. Ich bin sowieso kein Fan von Extremen. Ich stelle Sachen auch gern mal auf Standard und schaue dann einfach mal, wie sie es entwickelt. Und dann merke ich, okay, vielleicht sollte ich da so ein bisschen und da so ein bisschen. Aber so ganz krass, weiß nicht, bin ich zumindest kein Fan davon. Kreativer spielen hast du an, geduldig spielen hast du an. Die Frage ist, ob du geduldig spielen willst mit der Mannschaft. Also von der Taktik her wirkt es so, als würdest du den Ball sehr viel zirkulieren lassen, sehr schnell spielen lassen, also eher fast, ich weiß nicht, mit sehr kurzen Passspielen, kurzen, schnellen Pässe. Du bist eher bei Man City oder sowas in der Richtung wahrscheinlich. Könnte sein, dass das halt einfach vielleicht auch die Jungs so ein bisschen überfordert. Nach Ballverlust Gegenpressing, nach Ballgewin Konter und du hast hier, hier sieht man es eh auch, im Zentrum, also die Flügel sind, bei den Flügeln ist der Gegner wahnsinnig offen. Du bist wahnsinnig offen, das heißt, da hat der Gegner viel Platz. Das heißt, das ist natürlich defensiv auch ein Problem. Wenn der Gegner dann hier mit einem Flügelspieler und einem sehr offensiven Flügelverteidiger kommt, dann musst du halt hier gut nach außen arbeiten mit denen, im Endeffekt, um zu unterstützen. Ich persönlich würde wahrscheinlich einfach mit zusätzlichen Flügelspieler spielen oder wenn du es unbedingt zu laufen kriegen möchtest, ich bin ja auch schon mit einem 4-4-2 mit Raute erfolgreich gewesen, das ist eine sehr coole Formation im FM, dann brauchst du halt einfach starke Flügelspieler. Schauen wir mal, ob du solche vielleicht im Kader hast. Mattia Aramu. Mit dem wüsste ich jetzt zum Beispiel nicht so richtig was anzufangen. Das wäre vielleicht einer, den ich auf der 10 spielen lassen würde. Ja, am ehesten noch. Dann haben wir den hier, Montanaro. Ja, körperlich Sprunghöhe 12 ist ein bisschen wenig für den Innenverteidiger. Für die 6 hat er einen Passwert von 11, wieder zu wenig. Du musst wieder mit einer anderen Rolle spielen. Schwierig. Könnte man vielleicht als Rechtsverteidiger probieren, dafür ist er zu offensiv schwach. Das ist halt oft so bei New-Gen-Talenten, das hatte ich ja beim Journeyman-Safe, beim Lask extrem so, dass immer irgendwo ein Haken dabei ist, dass sie dann für eine gewisse Position doch nicht passen. Cristiano Piragi, subtechnische Werte, körperlich, körperlich echt schon schwach. Muss ich sagen, würde ich wahrscheinlich schauen, dass man den abgibt, weil auch das Gehalt mit 1,87 nicht wenig ist. An und für sich ist das schon ein guter Spieler. Der baut halt körperlich so ab, dass du ihn dann fast nur mehr in Richtung Zentrum spielen lassen kannst, würde ich jetzt mal sagen. Dann haben wir Subtil. Das ist natürlich ein sehr starker, der eigentlich, den könntest du zum Beispiel rechts am Flügel spielen lassen, statt den Berti. Du könntest auch durchaus, ich mache das jetzt einfach mal kurz, du könntest auch durchaus so spielen. Das wäre natürlich etwas asymmetrisch, aber dann hast du jetzt einen, der versucht, das Spiel breit zu machen und Flanken zu schlagen und hier hast du zwei gute Abnehmer im Zentrum, könntest du auch probieren. Danilo Kataldi. Sehr guter Sechserersatz für Milo Zajewic, das passt gut. Dann den Pico, den würde ich entweder als Zehner oder als Sturm im Sturm spielen lassen. Dann haben wir den hier, Niklas Data, ein Däne. Das wäre ein sehr guter Stoßstürmer. Man sieht es sehr schnell, guter Knipser. Dann Amadialo, natürlich auch ein spannender Spieler, ist auch eher einer für die Zehn. Wahrscheinlich ein Scott-Ersatz oder so, dann haben wir Baldazzani. Ist für mich auch wieder ein Zehner, weil defensiv ist immer für die Acht fast zu schwach. Dann haben wir einen Linksverteidiger aus Frankreich. Der wäre perfekt für dein System. Der ist wahnsinnig schnell, Dribbling 15, Flanken 11, passend 10, aber vor allem der gute Dribbling-Wert und er ist 19 Jahre alt. Also den könntest du zum Beispiel links hinten super fördern. Der könnte echt Dampf machen und dann den Spielen in der Mitte so ein bisschen entlasten, wenn du diese Umstellung eben machst. Und dann Daniele Rugani, cooler Spieler. Ja, guter Backup auf jeden Fall. Kann man sich nicht beschweren. Dann haben wir Dodo, der wäre rechts hinten natürlich auch perfekt, um einfach richtig offensiv Dampf zu machen. also der passt super in diese Formation. Da kannst du wirklich mutig sein und dem ruhig auf Attack stellen, ein bisschen mehr Freiraum geben nach vorne. Dann haben wir Leonard Stark. Das ist auch wieder so ein Mittelfeldspieler, der Defensiv-Deckung 7, Tackling 7 nicht so wirklich zu gebrauchen ist, finde ich. Also gerade bei den Achtern versuche ich schon darauf zu achten, dass die auch halbwegs gute defensive Werte haben. Und dann haben wir den hier, Andrea Dradi, würde ich als Linksverteidiger spielen lassen. Das ist auch genau ein Spieler, den du in deinem System brauchst. Er ist gut, Schnelligkeit könnte besser sein, aber super Antritt, super Ausdauer, super Einsatzfreude, defensiv wie offensiv stark. Das ist der perfekte Spieler für dein System und für dein Problem, das du da vielleicht dann auch einfach hast, indem du dann einfach sagen kannst, okay, der soll links den Flügel abarbeiten. Und dann musst du halt schauen, was du mit Mogalla machst, wo du den dann wirklich spielen lässt. Wie gesagt, der hat eigentlich das Zeug, um Sechser zu sein. Also Sechser könnte perfekt spielen. So, hast du noch Spieler verliehen? Ja, hast du. Immer noch einen Stoßstürmer, wir sehen hier einen Wunderknaben sogar. Also den solltest du unbedingt fördern, wenn du ihn schon verliehen hast. Vor allem, weil der mit drei Sternen eigentlich schon stark genug ist, um bei dir zu spielen, finde ich. Also das kann man machen. Und da hast du auch noch ein paar gute Talente. U20 sehen wir, sie sind verliehen. U20 ist also nicht so wirklich nennenswert. U18 haben wir auch noch ein sehr gutes Talent und einige sehr brauchbare. Sieht nicht schlecht aus. Wie schaut es mit den Einrichtungen aus? Boah, Trainingsgelände ist nach Davide, Astori benannt. Ist das wirklich so? Das ist ja ziemlich cool. Legende leider viel zu früh verstorben. Nachwuchsrekrutierung 5 von 8. Also da gibt es hier auch noch Luft nach oben. Die Frage ist, ja du hast die Finanzen nicht, das habe ich mir schon fast gedacht. Also es ist ein schwieriger Safe. Wie gesagt, ich glaube mit diesen kleinen Anpassungen könntest du sportlich ein bisschen erfolgreicher sein. Und das könnte dann wieder dafür sorgen, dass du mehr Geld zur Verfügung hast. Also falls du den Safe noch spielst, dann wären das so ein paar Inputs, die du probieren könntest. Ich meine, ist natürlich auch keine Garantie, weil ich bin ja auch alles andere als perfekt. Aber wären vielleicht so ein paar Inputs, die du probieren könntest, um den Safe dann noch rumzureißen. Solltest du weitergespielt haben, dann bitte schreib gerne in die Kommentare, wie es denn so gelaufen ist. Und vielleicht hat die Community auch noch ein paar Inputs, um da ein paar Vorschläge zu haben, ein paar Tipps für dich. Und solltet ihr einen Safe haben, der auch nicht so gut gelaufen ist, aber der euch Spaß macht über ein paar Jahre hinweg, dann könnt ihr mir den auch gerne schicken. Weil ich zeige auch gerne mal Safe her, die nicht so gut gelaufen sind, einfach um ein bisschen Abwechslung zu haben. Also vielen, vielen Dank fürs Schicken an dich. Danke, an's dabei sein. Danke auch an alle Mitglieder auf Patreon und hier mit der Kanalmitgliedschaft. Weiß ich natürlich sehr zu schätzen, auch wenn ich's nicht jedes Mal erwähne. Und ja, jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und ja, bis bald. Danke. Ciao. Tschüss. 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 Tschüss.